Musik So, Servus Kameraden, da sind wir wieder Ähm Müssen die da erstmal los werden Molotow Was ist er? Außer reichweite, außer reichweite. Wo geh ich mit Naxen? Scheiße, geh ich nach oben? Oh, der ist nicht eine Fache! Oh, die Bum, weg mit mir. Das ist die letzte Fache. Sollst du es, Papa. Als nächstes mache ich den Trompeten-Honey da weg. Oh, ich habe keinen Medikit mehr, ne? Letztes Medikit, oh Gott. Nicht zu schabbe. Ok, watch. Oh, sehr gut. Glück gehabt. Ja, finde ich gut, dass er dahin kommt. Können wir uns um diesen Trompeten-Honey kümmern. Absorbiert? Oh, nice. Was? Nachladen. Nein, nein, nein. Keine Treffer-Chance? Was? Ballern wir die schon mal runter. Oh, keine Treffer-Chance. Achso, hier. Schießen. Komm schon. Oh, keine. Ok. Ah, der ist ja eh gleich weg. 25 Prozent. Hm. Ah, scheiße. Komm, egal. Mal. Ah, das wollte ich verhindern, genau. Scheiße, wir müssen den Schamanen loswerden. Nein, bleib schön hier. Ähm, nochmal wechseln. Genau, mach ihn kalt. Guck mal nach Ladenski, bitte. Oh! Nein, was hab ich gemacht? Nein! Ich klicke mal daneben. Gut, der Jäger ist auch gleich weg. Okay. Ah, gut. Warmin absorbiert alles. Sehr gut. Nein, los. Komm schon. Overwatch. Overwatch. So, jetzt hol ihn dir. Boah, das war so klar, ne? Und tschüss. Der ist schon mal weg. Du lädst nach. Kannst auch irgendjemanden gut schießen? Oh ha. Oh ha. Stauberlatt starkers. Yeah, geht mit den Sparrowriben. Das ist gut, wenn es dead. Perfekte Deckung. Okay, er kommt da her. Wo geht er lang? Er geht auch da. Bleibt ihr mal schön da hinten. Das findet gut. So, ist der schon mal weg. So. Gut, dass der den Schaden absorbiert, ey. Oh Gott, Bomben darf nicht sterben, ey. Oh Gott, Bomben darf nicht sterben. Du hast es geschafft, Gott. Oh Gott. Sehr gut. Wieder ein Logo-Winiger. Läuft. Overwatch. Okay, jetzt muss ich den Kollegen da loswerden, ne? 25 Prozent. Perfekt. Perfekt. Overwatch. 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 Sauber. Ah, schade. Egal. Nächste Runde ist er weg. Ähm, gucken wir erstmal den Kollegen hier. Sauber. Okay. Nein, 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 nein. Vorher. Ich habe ja gelungen, wie man das Ganze benutzt hat. Sehr gut. Hundert Prozent. Oh, dann ist der schon mal weg. Ja. Ich habe ja gelungen. Ich habe ja gelungen. Ich habe ja gelungen, wie man das Ganze benutzt hat. Ich habe ja gelungen. sauber endlich geschafft boah was ein okay wir müssen als erstes dann für die zukunft die medbots ausschalten weil die wichser wieder beleben und dann diese trompeten heinis da medik geht auch geil weg alle weg oh guck mal da hängt einer am schild da hängt einer okay hier war ja nichts mehr mein material oder so waffen ist ja hier doch zwei haben level ab schauen wir mal was habt ihr denn vier punkte plus 25 waffenreichweite okay denke mal wir werden sowieso alles kriegen dann werden wir erst mal ein bisschen leben drauf würde ich sagen wir speichern mal und dann geht es weiter geht die wilde reise weiter wo geht es jetzt sind aha ein tunnel könnte interessant werden we are placed from a grave what were all these people doing running away i think maybe the red plague hit their town and they needed to evacuate evacuating our stampeding over each other to be the first one out dommass agents ja das könnte gut sein das könnte sehr gut sein oh da liegt auch noch was das wollen wir uns natürlich auch oh medikate geil das ist das ist das Du kennst die Stalker, die wir verabschieden haben, nicht wahr? Genau? Sie, äh... Sie sind weg. Ich habe sie verloren. Sie lassen die Stalker weg? Die Bubbleheads werden dich schrecklich machen. Du solltest sie zurückkommen. Ich kann nicht. Die Boat haben sie durch den Berg. Und jetzt die Bubbleheads haben die Boat? Aber wo ist deine Boat? Wenn du die Stalker nicht zurückkriegst, sie werden dein Gehirn schreien. Okay. Okay. Du hattest mich an den Ghoul-Streams, aber jetzt ein Pile von Friggin-Bodies? Willst du mir einen Herzattacken geben? Oh, das tut mir leid? Bäh! You're earning your scrap, kid. Einer weniger. Okay, ist hier noch einer? Sieht aus wie eine Falle hier. Von Molotow? Geil. Eine Notiz. Es tut mir leid, liebe Tina. Es gibt kein Entkommen. Ich sitze hier in meinem Autofest. Der Verkehr ist vor Tagen zum Erliegen gekommen. Und der Tunnel ist eingestürzt. Ich bin sicher... Was? Ich bin nicht sicher, ob du das hier jemals lesen wirst. Aber falls ja, musst du dir etwas gestehen. Etwas, das mir sehr leid tut. Etwas, das ich unglaublich bedauere. Und mit ins Grab nehmen werde. Erinnerst du dich an die Zeit, als deine Schildkröte Schnappi nicht zu dir schwamm? Wenn du dir gerufen hast. Bla 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 bla. Okay. Einfach nur so. Es tut mir leid. Ich liebe dich. Dein Jonas. Oh Gott. Ganz leise. Dax. Irgendwie, ich weiß nicht. Dax finde ich irgendwie ganz cool. Holen wir uns jetzt den Schlechter hier. Dax. Dax. Dax! 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 Ja, zumut. Dax. 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 Ich habe ein Weg aus, Schrestling. Ich wünsche, dass wir es nutzen. Okay, da geht's weiter. Aber da wollen wir noch nicht hin, ne? Wir wollen ja die Jungs da hinten diesen Pyro-Heini da noch ausknipsen. Ah, okay, hier die Bundeswehr anscheinend. Uiuiuiui. Wie viele sind denn da? Ah, so ein scheiß Mad-Bot ist da noch. Oh Gott. Fuck. Drei Stück. Absorbiert Feuer. Okay. Ich geh mit dem dann da oben hin. Hier ist nämlich scheiß Deckung. Ich bin nicht mehr gespannt, ob wir die drei hinkriegen. Ah, pass ich da durch? Warum wird der scheiß größer? Ey, von hier ist echt scheiße. Wir dürfen auf jeden Fall nicht zueinander stehen. Molotow haben wir nur aufgesammelt, ne? Okay. Ah, werden wir nicht gebrauchen können. Äh... Ausprobieren, wa? Nein, 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 nein. Äh, Q drehen? Du kümmerst dich um den Kollegen hier. Oh, daneben! Ohhhh! Oh! 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 Oh, oh! Oh, oh! Na komm, hier, 100%. Reichweite minus 25. Okay, die ist dann wirklich auf Nahkampf so, ne? Die brauchen eine bessere Knarre. Nein! Oh Mann, ich drücke mal den falschen Knopf. Okay, nächste Runde ist er auf jeden Fall weg. Fick dich! Keine Feuerlinie. Ciao mit Frau! Hehehehe. Jetzt müsste er kommen. Ah, der geht dahinten. Fuck. Aber Dax müsste den jetzt rein theoretisch knallen können, ne? Ah, Schwein gehabt. Sie brennt noch, sie braucht auf jeden Fall ein Medikit. Schade. 50%. Renn und fäng. Tschau. Was? Ah, gibt's nicht. Muss gar nicht so zittern, Junge. Junge, du bist am Arsch. Ich geb einfach auf. Naja, immerhin ist keiner verreckt. Hey, folge mich. Hey, folge mich. Ich wundere, was das hier sein könnte. Ein Feldwechsler. Ein Feldwechsler. 20 Meter Reichweite. Ich sag jetzt einfach mal Meter. Okay. Sieht gar nicht mal so kacke aus. Oh, Mimil-Schrauber. Zwei zusätzliche kritische Schaden, 30% Chance Gegner zurückzuwerfen. Nice. Geilo. Hier hatten wir ja schon alles durchsucht. Mal, wenn wir jetzt rein theoretisch wieder zur Arche wollen, ne? Oh ne, können wir so anklicken. Ah, okay, da können wir dann immer wieder überall. Ah, okay. Die Frage ist nur, ob die Gegner dann auch wieder da sind, ne? Aber ich geh jetzt einfach mal dahin. Bevor ich dahin gehe. Äh, je. Du kriegst den Kollegen. Macht 5 Schaden, 6 Crit. Okay, der ist besser. Was ist denn das? Rauchgranate? Ja, hier, komm. Da kriegst du noch auch Granate. Weiter geht die Reise. So, Folge ist leider vorbei und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.